Ja, geschafft! Juhu! Sie sich nicht mehr speichern brauchen. Aufgabe erfüllt! Juhu! Und jetzt geht es speichern. Lass uns speichern. Lass uns speichern. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Juhu! Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Giroflaskel. Warte, wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in tausend Stücke zerreifen. Verdammt! Wir werden schon hier außeran arbeiten. Also, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Das weiß ich auch. Du bist ja auch ein Lappen. Hast du mal ein Lappen bist? Apropos Lappen? Ich glaube, wenn diese Folgen... Nein, noch nicht ganz. Ich werde es eine Neuigkeit geben. Also, unser Kanal dann. Dann kann ich mal verraten. Es wird ein... Es wird ein größeres Veränderung geben. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Es wird viel mehr Videos für euch geben. Und verschiedene Videos auf verschiedene Gameplays und verschiedene Let's Player. Ja. Aber lasst euch überraschen. Das dauert noch ein bisschen. Wenn die Folge rauskommt, ist es noch nicht ganz so weit, aber fast. Ist die Umstellung fast vor. Elendet. Okay. Gib Gummi. Wo bist du? Ich fände es. Egal. Ich bin hier. Wo bist du? Mach die Müllers Kuh. So. Gleich mal Flammenwerfer ausrüsten. Und reloaden. Jetzt hat er wieder ein bisschen Militierung. So. Aber ich will mein Plasma-Kater. Warte mal. Ähm. Den da hier noch. So. Okay. So. Okay. Reloaden. Man hat auch wieder ein paar Schuss hat. Ja. Aber ich betalte es nicht mehr so voll. Achso. Jetzt bin ich wieder hier. Und dann fange ich auch endlich jetzt einkaufen. Gott sei Dank. Jetzt gehen wir einkaufen. Hier. Wo ist er? Nein. Schock. So. Den Autos noch mal drauf. Noch mal drauf. Noch mal drauf. Noch mal drauf. Wirklich tot ist. Sicherheitshalber. So. Jetzt gehen wir einkaufen. Jetzt verkauf ich die ganzen Goldchips. Hundelein zu haben. Okay. Was? E. Gut. Ähm. Inventar. Verkaufen. Ja. Halbleiter Gold kaufen. Ja. Ich hab hier. Uh. Hab's richtig viel. Luftkanister. Stasepack. Stase. Nein. Nein. Strahlenkanone. Hat sich nicht schlecht an. Die Weeper hat sich auch nicht schlecht an. Weeper Klingmehl. Luftstarze. Energieknoten. Ja. Ich hab hier auch schon noch zwei Stück eigentlich. Ähm. Plasmaenergie kaufe ich mir einmal. Ja. Und jetzt kaufe ich mir die Strahlenkanone oder die Weeper. Oh. Oh. Slicer mit breitem Strahl und Zeitengesteuerten. Oh ja. Minen ist nicht gut. Ja. Guck. Eine Blüber kann ich mir jetzt nicht kaufen. Braucht er extra Klingens. Und Munition. Scheiße. Ich hab dafür keine Munition. 4. 5. 2. Ah. Das ist jetzt die 2. 2. Oh. Mh. Hehehehe. Also, Damage macht's. Das hier glaub ich. Genau. Seid ihr noch mal speichern kurz? Ja komm. Mal speichern. Dann brauch ich nachher nicht mehr herlaufen. Das ist praktischer. Was zum praktischer ist. Denn hier geht ja vieles ab. So. Dann hab ich noch nicht mehr herlaufen. Dann hab ich mir noch ein Medi-Kit. Ähm. Medi-Kit rein. Dann bin ich ja auch wieder voll aufgeladen. Und dann geht's jetzt hier weiter. Die Monotray. Achso. Ja gut. Hätt ich jetzt eh gespeichert, weil ich glaub das Kapitel zu Ende ist. Zwar leider mitten in der Folge, aber das ist ja egal. Ja. Geschafft. Juhu. Dass ich nicht mehr speichern brauchen. Oh. Ich glaub ich hab's ja über speichern. Oh ich hab's, glaub ich, aufgelöst. Überspeichert. Zerstücke sie ihren Gegner, um sie schneller töten und Munition zu sparen. Jetzt komm ich zur Gembryka. Ishimura Monoe Task Verstern. Der Einzug gefällt mir einfach besser. Das AA-System. Oh. Oh. Natürlich hat er nichts gewusst. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Käpt'ns. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond, aus. Ich will jetzt erst mir einen mitgeben, ne? Das war jetzt natürlich mehr wichtig. Wo gibt es denn eigentlich wieder das Upgrade-System oder sowas? Sie kommen doch hier hin. Ich komme hier hin durch. Nein. Nicht schwer. Boah, die ist ja idiotisch. Ich glaube nicht. Ich sehe schwere Schäden. Die Einnehmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil. Wir müssen jetzt das AA-S zum Laufen bringen. Wenn ich den Typen erwische, dann bringe ich ihn um. Ich kann ja nur ohne das AA-System das Schiff starten. Der ist doch doof. Ja. Bam. Voll in die Fresse getreten. Wenn einer gewesen wäre. Was habe ich hier? Schema Download im Shop? Ah. Keine Ahnung. Hab's jetzt nicht lesen können. Müsste ich mir in der Aufnahme angucken. Es sagt, dann haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schützer. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hören Sie. Ich weiß, dass Ken von mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Genau. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren. Aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens drei Verteilerkästen anleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Eindringung Aufzüge der Brücken Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Jawohl, Chef. Mach ich's doch gleich. Wie? Ah, übrigens Isaac. Seien Sie vorsichtig. Ich hab nur was gesehen. Ich hab keine Ahnung, was es war. Ich hab nur kurz gesehen, aber... Ich hab keine Ahnung. Wie gewaltig. Ja, dankeschön, dass ich da jetzt wieder raus darf. Was ist das? Ähm... Was ist denn da und aufsammeln? Strahlen muss ich... Achso, das ist die Munition für das Riesenviech, was ich da gekauft hab. Zum Glück hab ich die große gekauft, nicht die Replay. Scheiße! Zurück! Ich dachte, der wäre tot, als ich die Kapsel verriegelt hab. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Na und? Und da sind doch so drin, sollen sie von mir was. Da hab ich doch kein... nichts damit zu tun. Was wird das? Das sind jetzt immer noch die Asteroiden, die auf uns runter knappen. Naja, gut. Verschlossen. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, wo ich die Dinger zum Laufen bringe. Oder ist was zum Looten? Hast du auf... Geld! Geld ist immer gut. Hm. Und jetzt hier? Ich bin immer besser geworden. Oh, sie – so die jingen. Alle,侍 injust bei uns. Was hat bei unserer Kenn Belt da? Untertitelung des ZDF, 2020